ein guter wie und willkommen zurück zu let's play omerta city of gangsters mein absolut neuestes und aktuellstes lieblingsspiel ich liebe dieses spiel einfach so sehr dass ich einfach beschlossen ich muss es einfach wieder aufnehmen ich habe das schon wieder einen tag lang nicht gespielt das ist furchtbar und ich habe richtig bock drauf zu spielen und ich hoffe ihr hört das auch also lange rede kurzer Sinn versuchen wir jetzt nochmal den kranken zeugen endgültig von seiner krankheit zu befreien ich denke mit einer bleisspritze sollte das doch eigentlich funktionieren so erfolgschancen 0 unterstützt eine rolle erfolgschancen 80 70 70 80 oder warte mal so so haben wir 80 prozentige chancen erlaubt sich den einigen bereichen des schlachtfeldes okay also versuchen wir das jetzt nochmal also das ging ja das letzte mal ziemlich gründlich in die hose deswegen hoffe ich jetzt einfach mal dass das jetzt mal besser läuft so 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 Runde beenden da hilfe ah maus wo gehst du hin so bin dran so okay okay zwei kann ich ja noch laufen okay ja boss okay Zeit es anzugehen äh äh gut also versuchen wir das jetzt nochmal komm und stirb oh shit ja boss willst du nur bellen oder auch beißen oh wow der ist ja richtig gut gelaunt heute so magentreffer ap4 ein weniger präziser schuss der auf die eingeweihte des gegners zieht bei einem treffer blutende wunde 5 runden verursacht 10 schaden pro runde hm Zo wo ist der zeuge wo ist der zeuge oha Zeit es anzugehen ja ich würde mal sagen gute nacht ne Der lebt ja immer noch Au, oh ich glaube Der macht nicht mehr lange Meinst du das jetzt gerade ernst, du Idiot Ja, ähm Außer Sicht, toll Dann kann ich ja nur die Runde beenden Schieß doch zurück, du Idiot Scheiße Na toll Ne, das machen wir nochmal Ah, irgendwie muss das doch gehen Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt ja schon wieder so lange da rumhocke Als Unterstützung, unterstützende Rolle Ja, am besten ist es natürlich, wenn man das zu zweit macht Insider erlaubt dir sich in allen Ja, ich will das aber lieber zu dritt machen Dann habe ich anscheinend, glaube ich, bessere Chance, wenn ich das mache Ich finde dieses verdammte Roulette Ich brauche was zu trinken Das ist gar keine allzu schlechte Idee, weißt du was Ich trinke jetzt auch mal was Nur weil du mich jetzt daran erinnert hast Jedes Mal, wenn er das sagt, trinke ich einen Schluck Wasser Ich trinke ja keinen Alkohol Dürfte ich auch sowieso gar nicht Weil ich bin ziemlich sicher bin, dass hier Minderjährige zuschauen, die möchte ich definitiv nicht dazu verführen Hier Alkohol zu trinken So So, das ist doch die Frage Ist es nicht sinnvoller zu gucken, ob man da nicht anarbeitet In das Haus kommt Warum machen wir das eigentlich nicht so Ja, Boss Warum gehen wir nicht einfach außenrum Ich brauche was zu trinken Okay, Prost Auf dich doch, ne Ah, so So Ganz ehrlich, warum machen wir das Ich habe das so kompliziert gemacht Ich habe das so kompliziert gemacht Die ganze Zeit Oh mein Gott Ich komme mir hier total bescheuert vor Gerade Bin dran Ja Mhm So Bin soweit, Boss Ist das halt ein bisschen beschwerlich Aber es geht Zeit es anzugehen Ja, Boss Oh Jo Prost, ne Da ist auf jeden Fall schon mal ein Kopf Mhm Gut Ich würde sagen Wir machen das jetzt so 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 Runde beenden So Ja, jetzt brauchen die ja schon eine halbe Ewigkeit Bis sie überhaupt hier rauskommen Bin soweit, Boss Schön für dich Dann komm mal hier her Und schieß Oh Junge, du bist so Unbegabt Ich brauche was zu trinken Nee Warte Da kannst du noch hinlaufen, oder? Und noch einmal Oh Junge Du bist so besoffen, ey Habe ich das Gefühl So Bist schon schlecht So So, okay Ja, Boss Und jetzt Squeaks Hierher Und jetzt musst du mal gucken, ob du den jetzt triffst Oh, okay Gebrochen hast du den Oh, sehr gut, okay Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus So Und jetzt bitte treff noch mal Jawoll Okay Au So Und jetzt bitte einfach nur mal treffen Das war zu viel meiner Medizin für ihn So Dann würde ich sagen Sind wir ja nicht mehr allzu viele Können wir jetzt mal hier langsamer reinmarschieren Vielleicht gibt es hier noch einen dritten Eingang Nicht wirklich Okay Okay So Trifft 56% Ja Prost ne So Will ich mal sagen Kugelhagel Oder 6 AP Und das kostet Äh, kostet auch 6 AP Ist doch scheiße Ja, ich würde sagen Nochmal Wenn ihr Jungs doch einfach mal nur in der Lage wärt mal ordentlich zu schießen Ja, was So Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier ihn decken So Der hat ja auch nicht mehr viel Oh Meine Güte Warte mal Drehen wir mal ein bisschen die Ansicht Und gehen jetzt mal hier rüber Das müsste doch jetzt eigentlich klappen Zeit deinem Schöpfer gegenüber zu treten So Jetzt noch einmal bitte treffen Dankeschön So Und jetzt noch den da hinten Sehr gut Es ist nur noch ein Polizist übrig Ey, das sieht doch bisher Ey, das sieht doch jetzt echt mal sehr gut aus Diese Runde Ich brauche was zu trinken Einmal pro Runde Ja, der ist doch eigentlich noch bei voller Gesundheit So Ich hab's versaut, Boss So Trefft 75% Dann will ich mal von den 75% was Was sehen Geht doch So Runde beenden In Ordnung, dann los Gut Runde beenden Ich brauche was zu trinken So, jetzt haben wir ihn bandagiert Sehr gut Jetzt hat Squeaks auch mal wieder was Ja, Boss Äh Ich würde sagen Gehen wir hier rein Zeit es anzugehen Ja Ja, Boss Ich brauche was zu trinken Was Einmal pro Runde verfügbar Okay Dann suchen wir mal diesen Zeugen Wo ist der denn? Bin dran Der versteckt sich bestimmt irgendwo Naja, weil Das ist Das ist Das ist